1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11. Fizze, 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 Fizze. Morgen Klaus! Morgen Hege! Ja, alles klar? Ja, alles klar, und bei dir? Ach, geht, 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 geht. Geht so, nicht? Ja, geht, geht. Ja, muss ja nicht. Ja, geht, geht. Was will wir es denn haben heute? Ja, ich überlege gerade, ob ich überhaupt noch eine Zeitung kaufe, bei dem internationalen Makakentum heutzutage, da weiß man ja gar nicht, ne? Ja, hast du ja halt, die Zeiten haben sich ja geändert, ne? Ja, 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 ja. Aber eine Zeitung muss man lesen, ne? Ja, nö. Meinst du nicht? Ja, wenn jeden Tag was anderes drinsteht, dann ist das sowieso Quatsch. Ja, ja, wie du meinst. Kann man nur hoffen, dass er wiederkommt. Bist du einmal traurig auf der Welt? Sie fitze, fatze, wie es dir gefällt. Dann kommen Freunde von alleine, sie wollen alle mit dir fitze, fatze. Ja, 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 ja.